Liebe Zuschauer, in Tizias Happy Holiday Club steht heute ein großes Fußballspiel zwischen dem Klub und einer Dorfmannschaft auf dem Programm. Da kommt Verstärkung in Gestalt eines leibhaftigen Bundesligaspielers sehr gelegen. Herzlich Willkommen, ich bin Tizias. Lieber, freut mich, ich heiße Karin. Ich heiße Karin. Du musst wohl irgendwo ein Echo sagen.